Als Inkontinenz bezeichnet man den unwillkürlichen Abgang von Urin oder eben auch Stuhl. Das heißt, obwohl der Betroffene eigentlich gerade nicht auf die Toilette möchte, geht Urin ab oder eben auch Stuhl. Das kann verbunden sein mit einem Gefühl des Dranges zuvor, das kann aber auch einfach aus dem Nichts auftreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017